Ganz schlecht ist die Dunkel. Und hier gibt es kein Bett. Ich hätte nicht so viel Fischfang betreiben sollen. Da hinten wären Huhn, das wäre praktisch für Eier. Mehrere Hühner. Oh, und Zuckerrohr. Ganz schlecht. Da muss ich leider ein paar Klaufen essen. Oh ne, hier ist rote Rüben, weil die kann ich so schon nicht anpflanzen. Ich werde glaube ich hier bleiben. Gibt es irgendwo Schafe, dass ich mir ein Bett bauen kann noch schnell. Wahrscheinlich gibt es genau hier keine. Ich will eigentlich hier bleiben. Hier gibt es nur Hühner. Schlechte sind nur zwei. Ich hoffe, du spuckst mehr als eine Wolle aus. Ah, es sind hier drei. Nein, ich brauche noch das eine Schaf. Scheiße, das auch noch. Nein. Ich verlaufe mich gleich. Das bringt viel. Oh. Nein, nicht runterfallen. Nein. Ein schöner Fisch. Schnell bevor es die spawnt. Jetzt muss ich den Ort wieder finden. Aua. Total verlaufen. Ja, ja. Grundst du nur. Mich hat ein Zombie umgebracht, glaube ich. Oh, so hübsche Pferde. Ja, ja. Weg mich. Das sieht komisch aus. Äh. Na gut, kommen wir zu dem Dings zurück. Also, die haben mehrere Kinder schon vernachlässigen lassen, dass man da erst nach dem siebten draufkommt. Ach, da ist die Schlucht. Noch eine. Was sitzt da? Ach so, das ist Erde. Das sieht komisch aus. Das ist nicht lustig. Ich bin irgendwo da nach hinten, glaube ich, gelaufen. Da. Da hätte ich auch was gekonnt. Seit wann hatte ich eine Hose. Ah. Ah. Äh. Na ja, jetzt habe ich eine. Lachs haben wir hier. Die Stöcke haben wir, glaube ich, verloren. Brot haben wir auch noch zu essen, das ist gut. Da sind die Stöcke. Dann fühlt es wie Erde. So, jetzt haben wir drei Wolle. Und Baum hätte ich trotzdem nicht gehabt. Ähm. Scheiße. So, weiter geht's, wir wollten da hinten. Ach, jetzt habe ich schon. Ich will nur mal Cupbox sagen, das ist Kakao. Hm, hm. Ah. Wo sind die Erdäpfeln hin? Na ja. Eine Erdäpfel hätten wir ja gehabt. Die haben wir auch nicht angepflanzt. Zuhause bei uns. So, schaut ja gut aus. Ah. Ein Ei, perfekt. Zwei Ei, perfekt. Nein. Kapok. Haben wir eigentlich Samen mit? Nein. Für einen Papageien zu ziehen, falls wir einen finden. Ah, da hinten. Das ist der Kapok. Guck. Ich brauche den Kompass, ne. Das ist leider noch nicht reif. Da hinten ist ein reifes. Da ist auch eins drauf. Wir brauchen so ein Holz, um das anzupflanzen. Da haben wir einen Lachs. Der wahrscheinlich verschwunden ist, wenn wir zu dem hinkommen. Na, nicht einmal. Sogar mehrere Lachs. Ich triff nur keinen. Und da hinten liegt noch Lachs. Ah. Das wollte ich nicht. Da wollte ich sie. Das auch wieder was zurücklassen. Wenn wir schon was mitnehmen. Nicht alles immer noch kaputt machen. Oh. Eine Gelbbrustare. Ist das sowas? Das nicht? Ich habe nicht mehr so viele. Ist doch Kakao. Nein, Kakao ist er nicht. Vielleicht kann ich mir ja theoretisch wieder eins holen. Magst du mich immer noch nicht? Das ist voll gemein. Ja, ja. Ich brauche noch mehr davon. Oh. Guck mal. Immer noch nicht. Klappt das überhaupt? Moment. Ich gucke kurz nach, ob das überhaupt klappen kann. Was ich da mache. Ähm. Muss ich denn da gucken. Minecraft Wiki. Oh. 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 grad aus. Passt. Ja ich mach schon richtig. Aber. die Wahrscheinlichkeit von 1 von 10 das er gezimmt wird. Das heißt wir brauchen noch mehr Samen. Gut, dass es hier sehr viel Gras gibt. So, das müsste jetzt aber reichen. Hä? Immer noch nicht? Hä? Die Sonne geht gleich wieder unter, da stimmt das nicht. Ich bin überfragt. Eigentlich sollte das, also warte 10%, das heißt von 100, nein 1 von 10 müsste dann eigentlich, aber wir haben jetzt schon mehr als 10 gefüttert. Vor allen Dingen meine ganzen roten Petersamen. Das bedeutet, ich muss ins Dorf zurück, meine roten Petersamen holen. Ah, endlich! Man muss in ihn hineinlaufen, während er rennt, dann sitzt er auf der Schulter. Das schaut gut aus. Nein, doch nicht. Irgendwie klappt das nicht. Wir müssen zurück zum Dorf. Hallo Papagei! Ich bräuchte ein Namensschild. Ups! Saßt er jetzt schon auf meiner Schulter? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt ist er nicht gesessen. schon wieder das falsche. Nein! So, ich brauche ein Haus, Leute. Das war ein sehr dunkles Haus, aber es müsste gehen. Das Bett werden wir dann auch gleich da stehen lassen. Sonst landen wir wieder irgendwo, wenn wir respawnen. So, was machst du da? Toll! Ich bin begeistert. So, was könnten wir noch erkunden? Nein, sammeln. Außer das da. Außer das da. Vielleicht haben die wieder Eier gelegt. Ja. Das klang irgendwie wie ein Babyskelett. Ganz komisch. Oh! Ach nein, jetzt nochmal Fisch. Das klingt irgendwie nicht wie ein Erwachseneskelett, sondern irgendwie so klein. Aua! So. Und zwar. Da sind wirspendet. Wir haben dann die Eier gewechselt. So, wo sind wir jetzt? Hä, Wüste! Ist das süß! Da nehmen wir noch Kakteen mit. Ah, der Papagei macht das Geräusch von den Skeletten. Deswegen klingt das so seltsam. Oh, das war knapp. Da hinten kommt Lava. Da oben haben wir eine Schneelandschaft. Ich weiß jetzt aber nicht auswendig, ob es da oben Eisbären gibt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich denen begegnen möchte. Ich habe vergessen, ob die friedlich oder feindlich sind. Oh, Häschen! Häschen haben wir dann hier. Brauchen wir sie uns nicht ercheaten. Oh, mein Lieblingspferd! Es ist braun mit weißen Flecken, so wie ich. Nein! Na gut. Wir sollten ihn langsam wieder zurück. Oh, braune Kaninchen, das finde ich auch gut. Was passiert dann, wenn man eine Schildkröte abkragelt? Wie schnell weiß ich. Ah, da ist das Schiff. Das war, glaube ich, ein Creeper gerade. Der Papage ist gemein. Es gibt nur Erfahrungspopeln. Ah, da hinten haben wir Tropenfische. Dann suchen wir da mal das, was wir schon gefunden hatten. Da habe ich noch ein bisschen tun. Truppenfische müssen wir noch einsammeln. Ich glaube, die kann man ja sogar einsammeln. Ich glaube nicht, dass man die essen kann...oh, Delfin!